Moin Moin und Willkommen zurück zu Reason Joa, mal gucken ob wir jetzt hier runter müssen, aber ich denke schon, weil sonst geht hier nichts anderes Ich speichel nochmal lieber ab hier Waffen ziehen jetzt Oh ja, wir müssen hier runter Aua Alter, ich komm nicht mehr raus Alter, das war aber sehr knapp Sehr sehr knapp, hier Halte ich ganz viel Warte, ich brauch größere Tränke So, das passt Feichern Uh, das war knapp Wohlang jetzt, hier geht's nicht weiter wahrscheinlich, ne Okay Wo bin ich hier gelandet, Mensch Und alle anderen stehen da und gucken nur und, äh, Eugene muss hier komplett alles alleine machen Na komm, alleine mal ein bisschen Aua Sehr schön Nur noch eine mehr Keine Schleichen Ne Ein Garn ist hier Sehr gut, sehr gut, sehr gut, weiter so Eine Steinplatte Okay Ah, da sind die unten Hab ich mir gedacht Ey, ihr Vollidioten, hier oben bin ich Spacken Hehehe Weiß Müssen noch auf der andere, auf die andere Seite rüber wahrscheinlich Da genau dasselbe machen Oookay Aber ich darf nicht nochmal zurück, also das wär ja Quatsch Ich weiß schon kurz hier nochmal auf, nicht dass wir doch hier was vergessen haben, äh Ich hab jetzt 20 draus einfach Ich spring hier runter einfach, ne Jetzt überliebt man doch schon, irgendwie Ops, so, genau so Na, hat sich was getan Und das denn Ah, ne, cool war das Ich hab eine Winde gefunden Hm Das Tor ist immer noch verschlossen Vielleicht gibt es noch eine weitere Winde Ich habe Rufus bereits nach Süden geschickt Folge ihm Vielleicht braucht er Hilfe Das glaub ich nicht, dass er hier lang gelaufen ist, weil da leben noch Monster Wo ist Rufus? Der Rufus, ey Der ist doch tot Gut Schicken sie Rufus hin Ach, das sind ja alle dämlich Kristall Ich dachte ich kann das abbauen jetzt, aber ne, ist da Oh mein Gott Oh mein Gott Ich helfe dir Oh mein Gott Oh yeah Sowas wie dich erledige ich mit Links Wir sind Jack Spiecher Ey, meine Erfahrungspunkte Schweine Einfach geklaut hier Einfach geklaut hier So, gibt's hier noch mehr Golde Na, wo ist Rufus? Wie weit bist du gekommen? Boah Der war doch niemand Wie ist der denn hier durchgelaufen, bitteschön? Nie im Leben, ey Hallo Boah Boah Weichen direkt Äh, hier geht's dann nicht mehr weiter Doch, da geht's weiter rein Da hoch erstmal Äh, keine Ahnung Verdammt Wohin? Okay, hier geht's nicht weiter, gut Uff Bin immer gespannt, was hier noch so alles passiert Ich hab noch alles am Anfang so gesehen vom Tempel hier Wer weiß, was hier noch alles auf uns wartet Ein Grud schonmal Oh ja Oh Oh man Das ist so unglaublich, ey Manchmal ist das so richtig nervig, ey Manchmal driffst du auch für gar nichts hier Also ich kann da hoch Muss da hoch, wahrscheinlich weil ich hier nicht rüberkomme Ja Jo Da sind drei Von diesen ersten Menschen Kriege oder sonst was Okay Mal schauen, ob er das hinkriegt hier Ja, ey Ja, ey Wenn's jetzt wieder so anfängt mit dem so scheiß Glitsch hier durch den Wände Dann weiß ich auch nicht, ey Das ist doch kacke Leute, das macht keinen Spaß so Das ist doch kacke, Leute, das macht keinen Spaß so Auf den nicht gemerkt, dass man da hoch springen muss, ne Wenn man nicht überprüft, dass das auch funktioniert Von hier aus Was Das kotzt mich an, ey Das ist einfach nur dämlich Einfach nur dämlich, ey Das Spiel ist allgemein so gut eigentlich, ne Aber Sowas Das kotzt mich einfach nur an, ey Irgendwo da hoch irgendwie Von hier vielleicht Ich könnte kotzen einfach an Einfach nur kotzen, ey Wie oft soll ich jetzt versuchen, dass ich da hoch komme Ich muss ja hier hoch, es geht nicht anders Oder ich könnte hier so ein Oder ich könnte hier rüber fliegen Aber das ist ja nicht eigentlich der Sinn der Sache, ne Eigentlich muss ich hier oben durch und dann irgendwie da Kommt man dann am Ende raus So ist das geplant eigentlich vom Spiel, also Will ich das auch so haben? Weil ich möchte Erfahrungspunkte sammeln Und da sind ja bestimmt noch ein, zwei Monster mehr Und allgemein diese ganzen Sachen looten da Und allgemein diese ganzen Sachen looten da Aber so wird das halt hier gar nicht, ey Vielleicht hier mitten Mit dich direkt Ich hab noch nie sowas dummes gesehen, äh sowas dummes gesehen Ganz ehrlich, das ist Ich sag jetzt auch gar nicht, bevor ich da nicht hochkomme Ich sag jetzt auch gar nicht, bevor ich da nicht hochkomme Das ist ja gar nicht nicht so. Also habe ich gefeiert, das ist ja auch nicht so, dass ich hier Halt dich doch da fest, du vollidiot, ey. Leck mich doch am Arsch, ey, ganz ehrlich. Ich flieg jetzt da rüber, das ist doch richtig dämlich einfach nur. Direkt in Beschwerde schreiben, ey. Dass sie das korrigieren sollen nach fast 10 Jahren hier, verdammte Scheiße, ey. Mal schauen, ob das überhaupt klappt, hier mit drüber fliegen. Müsst ihr aber eigentlich. Hab nur noch 3 Stück davon. Oh, ich gehört, dass die jetzt alle auf mich zurennen. Da sind 4 von denen sogar. Ja, na klar. So ist das nicht gedacht, weil... Oh, das ist doch dumm, ey. Ich kann nicht kotzen an einem, also richtig, ey. Komm, ich will hier hoch, verdammte Kacke. Halt dich da fest, du vollidiot. Junge, das gibt's doch einfach nicht, das ist so richtig... Oh, Spiegel, ey, was machst du mit mir? Hm... Ich kann das einfach nicht verstehen, wie man so einen Bug... ...nicht... ...findet. Ich versuch mal ein, zwei Schritte zurück zu gehen und nicht direkt vor dem Watt zu stehen, weil das was bringt. Aber meistens bringt's ja nicht, weil es sich ja nicht festhält da. Ich bin jetzt... So, ich bin jetzt direkt am Wande, jetzt geh ich mal eins, eins, zwei... ...so. Ich bin einfach gar nicht... Egal wie, und wieso, und weshalb, und... Junge, ich werde richtig Argo hier gleich. Das macht mich einfach nur traurig auch zum Teil hier. Guck mal, das ist so dämlich, ich komme einfach nicht hoch hier. Und dann kann ich mir das tun hier. Ah... Ah... Hahaha... Warum ist das Spiel so dumm, ey? Was das angeht. Ich bin zufrieden, fucking... ...stück... ...Mauer... ...hoch zu kommen. Hahaha... Also ich flieg hier hoch, dann vielleicht... Vielleicht bringt das ja was. Mal gucken. Ja, also... So hat das geklappt. Wir wollen mich aber total hier verarschen, oder? Kann das sein, dass ihr hier... Hahaha... Richtige... Hahaha... Ich könnte heulen, und... ...sonst was, ey. Ich könnte auch richtig... Hey, eigentlich so, wie ich hier das Spiel zusammenschlagen. Hey. Wenn das gehen würde. Ich komme doch hoch, du. Ich hab mir richtig dumm vor, gerade, irgendwie. Das ist doch unmöglich, da hochzukommen. Es ist unmöglich. Wenn man den Scheiß-Ersten nicht geschafft hat, konnte man bei dem zweiten Kack-Dreck hier... ...und konnte man auch nicht hoch, diese Scheiße hier. Zum Kotzen ist das, ey. Ich treibe echt in Beschwerde. Mir scheißegal, wenn sie nicht darauf antworten, dann... ...komme ich ja höchstpersönlich zu denen... ...vorbei... ...das gibt's doch nicht, ey. So ein Dreck. Das ist einfach nur ein Dreck. Komm hoch, du. ... ...beist du das jetzt hier irgendwie ab? Kacke. Scheiß. Wand. Arm. Arsch. Irgendwie so. Keine Ahnung, ey. Da kann man doch nie im Leben ruhig bleiben, bei dem... ...kacke hier. Komm, hier hoch zumindest. Du bist doch so dumm, ey. Du bist doch richtig dämlich, du kacke, du. ...hahaha. Da kommt einfach niegelswo hoch, diese... ...dumme... ...dumme... ...Kratzkopf... ...keine Ahnung was er... ...ne ist gegen Kratzköpfe, ne, hier aber... ...der geht mir auf die Eier, hier. Das Spiel geht mir auf die Eier, nicht der... ...der ist in Ordnung, der... ...den Karate, den wir spielen, keine Ahnung wie er heißt. Der hat in dem... ...hat nicht mal nen Namen, glaube ich. Ich... ...das ist doch einfach nur... ...zum... ...haha. Man kommt hier einfach nicht hoch, egal was man macht. Also wenn man da einfach hoch springen will, ne? Einfach ganz normal hoch klettern will. Nein, man muss... ...irgendwie so beschissene Schriftkrollen dafür benutzen, damit man da hoch fliegen kann, oder was? Das ist ein Witz. Das ist einfach nur ne scheiß Witz. Ich hab kotzen, ey. Ich komm hoch, du dummer... ...kleiner... ...ha. Ey, ich hatte so Bock gehabt davor, ne? ...durch die Folge gestattet hab und dann sollen scheiße, ey. Das macht einfach alles kaputt. Das ganze Spiel macht das hiermit kaputt. Wenn man dann einfach direkt abgefuckt ist, man hat dann keine Lust mehr. Ah, komm. Bis... ...kannst du hier hoch kommen? Ey, das ist doch... ...versteh diesen... ...ich versteh diesen Gritsch auch nicht. Es ist ja egal wo, es ist andauernd... ...dieselbe Kacke. ...dieselbe Kacke. Ich gebe gleich auf hier, ey, ganz ehrlich. Wenn... ...sit davor ist... ...ihm... ...im... 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 ...muss doch da rüberfliegen... und die vier essen da kalt mann irgendwie irgendwie so dass die mir direkt eine auf die schnauze hauen weil vier sind schon ein paar sind schon ein paar viele dann ein stück auf einmal das ist halt jetzt habe ich einmal einheit lang zu viel genommen da stehen sie alle in derselbe ecke da ey fah ich mal hier nochmal ab so komm weg rüber ja das war dämlich von mir ok da geht es aber auch nicht weiter dann weiß ich ja bescheid na das war nicht so schön dann gehe ich auf die Seite lieber rüber auf die Seite Seite rüber wie der hat mich schon gesehen nein lass mich hier durch lass mich hier durch ihr bekloppte und da kommt der vierte schon direkt ach du scheiße wie soll ich das schaffen ey da sind halt ein paar ich komme ja nicht dazu ach so anzugreifen weil bevor ich meine Attacke auflade schlägt einer von den dreien schon zu ne oder einer von den vieren oder ich blocke die erste Attacke ab von dem ersten und dann greifen die anderen drei schon an das Problem würden wir wahrscheinlich nicht haben wenn wir einfach kack wand da hoch kommen würden aber 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 das meiste der da hinten komm raus genau kommt komm du es zuerst so so oh nein 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 vorsichtig vorsichtig ich will den Priester jetzt zuerst ich will den Priester jetzt zuerst den Priester oder wie oh man ey oh ich komme hier nicht wieder raus ok ok komm her Ah Ah Speichern geschafft Ah Rufus wie hast du den nicht hier hoch geschafft jetzt ehrlich ich kam doch hier komm hoch mein scheiß das es war nur wie kommst du hier hoch bist du auch hier rüber geflogen oder was na so schon war das aber nicht Kollege Weiß ich halt im Kampf. Messer, Heilung, Komunett. Okay. Ne, Rufus ist dort. Ne, so schlau. Naja, gut. Kann ich auch verstehen. Hier gehen so vier Kackdinger hier. Das ist schon ein bisschen schwer. Da ein Weg. Ne, nur hier ein Weg. Also nur da ein Weg und diesen Hebel. Was war das für ein Buch? So, hier bringt mir nichts. Hier steht etwas über Magie. Hier steht etwas über Magie. Oh, das habe ich gar nicht gelesen. Ah, habe ich vergessen. Ah, hier ist das auch egal. Okay, jetzt weiter geht's hier. In Falle. Nein. Das habe ich irgendwie ausgemacht jetzt aber. Okay, Fallen kann man hier nie ausschalten. In irgendwelchen Tasten oder Hebel. Geht drauf. Dieser Stein sieht früchig aus. Hakt drauf. Oh, ja. Oh, ein Haltrang, nimm. Was für ein Hebel jetzt? Noch ein Haltrang. Und noch ein Haltrang. Und speichern und... Ab geht's. Komm her. Alter! Alter! Die hauen schon rein, ey. Ah, hier war noch eine von euch, ne? Ja, ja. Oh, ja! Oh, mein Gott! Danke! Werde auf Stück, jawoll! Das waren zwei von den alten Bürsten. Ja. Die sind alle beide. oder konnten mussten man hier rüberfliegen ging es überhaupt nicht anders kann sein aber wenn ja dann ist das dämlich einfach nur weil sonst kommt man hier ja auch nicht rein oder wir sind hier jawohl da muss man wohl rüberfliegen keine ahnung was da oben war aber da kam ich nicht hoch und das ist mir auch scheißegal jetzt so speichern und tschüss rufus ist tot was ist passiert sie haben ihn wohl überrascht dann hat er es nicht besser verdient wer nachlässig ist gefährdet unsere mission die strafe für versagen ist der tod merkte das ich habe die zweite wende gefunden gut dann sehen wir uns die sache mal an diese säulen erzählen die geschichte dieser ganzen anlage vielleicht siehst du dir die mal an ja aber erst mal wie es hier es ist ja schon offen wo war hier diese mauern können uns nicht aufhalten das ist wer war das hier wir werden jeden einzelnen von ihnen töten das war rufus ist mir beibringen kontinent ist jetzt tot glaube ich also der ist ja dort verdammt und man kann sie nicht hören aber ich kann sie formlich riechen wen kannst du riechen die ex sie sind hier hinter der mauer und jetzt solltest du lieber deine befehle befolgen ok diese festung wurde von vielen erbaut doch sie folgte nur einem befehl meinem befehl denn ich bin ursigor herr der titanen befehler der ex wasser immer du hier suchst finden wirst du nur den tod herr der titan so so alles klar ob wir da wirklich noch weiter reingehen sollen alles klar aber das wäre es dann erstmal für die folge für heute bei der nächste folge gebe ich hier weiter rein mal schauen was da so alles passiert aber man oh man ich bin gespannt und ja danke fürs zuschauen und dann bis zum nächsten mal tschau tschau